Bum 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 Können wir eigentlich... Ja ist ja auch albern Das dauert ja auch immer eh Wie fände die denn da ganz hoch hin? Na schauen wir mal Äh, ja Leute? Achso, nicht du Dann nimm den mal mit Nimm den mal mit Nimm den mal mit Wenn der sofort verreckt Weichei Tse Joppü So Wo haben wir denn? Was sei hier draußen? Was? Die sollte da unten bleiben Was? Und du... Kommt mit Eure Kreaturen stürzen sich Auf den Gegner Oh, das bricht hier kaputt Er kann nix Eine Tür wurde hergestellt Eure Untergebenen tragen den Sieg davon Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Verstück Da Macht doch nicht so einen Stress Wo ist denn hier Meister Imp? Hier Meister Lampe Schlepp den mal weg Sooo Wenn wir das denn haben Können wir mal weiter schauen Wie es hier weiter geht Und die Tür wurde hergestellt Stehen die viele auf? Nur weil der eben langsam ist Ja, so ist brav So ist brav Sehr gut Du gehst da mal rein Schnappen wir uns ein paar Hühner Und nochmal von vorne So Erstmal den Hals voll stopfen mit Hühnern Was hat der denn überhaupt preisgegeben? Was hat das da oben? Haben die preisgegeben? Ach Du ahnst es nicht Wollen die mich verarschen? Es geht um Du ahnst es nicht Buui Bum Nein Ahn, nicht mehr Hörnst du ein Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält Gipiii Informationen wurden herausgequält Eine Falle wurde hergestellt Äh, hier kommt ein Hühnchen. Hühnchen. So. Hat er noch preisgegeben. Lass hier noch mehr rumrennen. Man hetzt hier auch ein bisschen, ne? Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Äh, ja. Ich weiß zwar nicht, was für Informationen. Kentucky schreit Hühnchen. Äh, können wir denn da schon was anbauen? Dann müssen wir wohl unseren kleinen Impi nehmen. So, fern wir ihn finden. Ruter. So, da kommt er jetzt mal mit. Ist vermutlich sterben. Aber, ist nicht so schlimm. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Okay. Eine Falle wurde hergestellt. So, du kommst jetzt mal hierher. Information. Was denn für Informationen? Wenn man auf der Karte guckt, dann... ...ist das genauso wie vorher. Tolle Informationen. Die Informationen ist... Es gibt keine Informationen. Sehr gut. Ja, Widersacher. Genau. Können wir eigentlich... Können wir eigentlich... Müsst mal so machen. Eine Tür wurde hergestellt. Und hier machen wir es. Ein Widersacher wurde überzeugt, für euch zu arbeiten. Aber nicht wieder sterben. So viel dazu. So viel dazu. Hey, wie sind die? Eine Falle wurde hergestellt. Ach komm, da können wir ja auch... ...die jeder dran verrecken. Alle losschicken. Nee, 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 nee. Nee. Bring den mal weg. Dann machen wir das erst mal zu. Bis... Ja. Eine Falle wurde hergestellt. Genau. Bis sie eine Falle hergestellt wurde. Ja, komm. Gib Gummi. Junge. Nein, 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 nein. Blitz. Blitz. Eine Falle wurde hergestellt. Deren nächste Held ist tot. Was macht der denn? Was denn? So soll er tun. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle wurde hergestellt. Gubbi. Können wir noch die Fallen wieder... ...neu draufpacken? Habe ich gesagt, ihr sollt hier irgendwas machen? Was ist das Viecher, ne? Furchtbar. Da. Bring den mal weg. Wenn du schon nur rumstehst. Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Stimmt. So. Alter. Bin du hier irgendwo verreckst, ne? Dann kriegst du noch einen Schlag in den Nacken. Oben drauf. Dann kriegst du noch mal da hin. Dann kriegst du noch mal wieder da hin. Eine Falle wurde hergestellt. Na. Bitch. Bleib doch mal stehen. Furchtbar, diese Viecher. Furchtbar. Ich weiß nicht. Ich dürfte wohl noch gerade so lang... irgendwie hier rechts und links einfach mal... ne Brügge hinmachen. Jetzt brauchen wir aber mal ein paar... Kreaturen. Erst gucken wir, was da drin ist. Obtus Diab eine Falle wurde hergestellt. Was sind das? Vierer? Okay. Obtus Diabolos. Ja, ja. Obtus Diabolos. Ich schnarche Nase. Tu mal was. Wir nehmen jetzt einfach mal... sämtliche Kreaturen, die höher sind als Level 1. Eine Falle sind hier hinuntergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Schauen wir mal was bis jetzt. Eure Kreaturen werden zufrieden aus. Eure Untergebenen... Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Sehr gut. So. Ihr kommt dann mal alle wieder mit. Und da hin. Und hier hier hin. Und da brauchen wir mal eben... Die MPs. Blitzschalag. Blitzschalag. Dann machen wir die ganzen Imps wieder mit. Und dann nehmen wir uns wieder ein paar Hüter. Wiener. 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 Und jetzt sind wir halt Hüter. Ah, die können wir auch gebrauchen. Weil diese komischen Fehl sind... Wiener. Wiener. Also, an die Jungfrauen. Ja, toll. Warum sind die so schnifferig? Ganz großes Kino. Naja, dann machen wir das halt so, da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Hey, eure Handwerkskammer hat nicht groß genug. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Eine Falle wurde hergestellt. Ja, das wäre schön, wenn du mal was anderes rausgehst. Oh, sehr gut. Haben wir schon mal zwei Geister? Die jetzt nicht so pralle sind, aber naja, gut. Jetzt müssen wir aber langsam Richtung Diamanten kommen. Da wurden Informationen herausgequält. Richtung Diamanten schnell schauen. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Weil die brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Alles gut. Da kriegst du ein Hütchen. Lass dir zu jetzt. Ja, kreischt nicht. Mach es. Ja, kreischt nicht. Diese Geister. Die sind ungefähr so sinnvoll nütz... nützlich wie ein Kropf. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Eine Falle wurde hergestellt. Dann haben wir das auch. Wann können wir hier mal weiter gehen? Wo kommt denn als nächstes? Lava. Lava und Hexenmeister. Wo ist denn unser Imp? Impi! Impilein, wo bist du? Wir können ja auch einfach die Geister nehmen. Als Köder. Ich hasse die sowieso. Ach, ich hasse die Geister. Ach, ich hasse die Geister. Klopf. 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 Na komm schon. Wo bist du? Da ist er. Wieso hat er volles Leben? Ah. So. Eure Kreaturen werden angegriffen. Richtig. Eure Kreaturen werden angegriffen. Noch. Aber jetzt kommt der Zaubertrick. Abra. Abra. Katabra. Impi sei. Blind hätte ich fast gesagt. Oh Gott. Mhm. 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 So. Viele Magier. Ja. Ist okay. Ist es okay? Bis hier hin? Ist es okay? Jetzt fahren wir erstmal ein paar Brücke. So. Fangen wir mal mit den jungen Mann an. Eine Tür wurde hergestellt. Ja. Ja. Junge Mann. Kommen Sie mal ran. Äh. Hallo. Kommste? Ja. Geh weiter nach oben. Kennst du doch den Weg. Eure Kreaturen schützen sich auf den Gegner. Da 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 da. Los. Haut zu. Er ist ein Geister. Geister. Da 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 da. Eine Tür wurde hergestellt. Na komm. Haut ihn. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Los. Haut zu. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Naja. Ein Geist. Geister sind halt. Ja. Scheiße. Finde ich zumindest. Die. 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 Da. Lichte ich mal da hin. Warum rennst du eigentlich immer erst da ein? Wie süß, was da da eine Mauer ist. Vogel. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ja. Ich hab's ja begriffen. Meine Handwerkskammer ist nicht groß genug. So. Dann können wir hier noch eine Tür hin machen. Da machen wir auch noch eine Tür hin. Und. Und. Oder noch. Da. Aber wir reißen die Hälfte wieder ab. Alle Punktgold. Dasselbe machen wir mit dem Blitzfallen. Ob wir die Blitzfallen können. Da eigentlich steht das nur. Aber hier die Stinky fallen. Die nehmen wir weg. Aber wieder ein bisschen Gold. So. Meister Eder. Ah. Friss. Eine Falle wurde hergestellt. Ja. Ich. Ich frag gar nicht. Ich frag erst gar nicht. Hat ja eh keinen Sinn. So. Eure Kreaturen werden angegriffen. Habe ich gesagt. Du sollst ja rein rennen. Bist du jeck oder wat? Ja. Können wir die beiden nehmen. Dafür nehmen wir uns einfach mal. Eine Falle wurde hergestellt. Die sind gut. Die sind gut. Die sind stark. Und sie brauchen das Geld. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Hallo. Könnten wir Schaden machen? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So. Den nimmst du mal den mit. Den nimmst du mal den mit. Den nimmst du mal den mit. Welche Kreaturen ist. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Kommt erstmal wieder da hin. Halt. Wird nicht gebetet. Sind doch hier nicht bei... ...Betarium. Haben wir jetzt eigentlich einen sauber dazu bekommen? Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Hui. Hui. Oh. Wie zum das hier? Die, 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 die Information preisgabt. So, dann haben wir die und dann brauchen wir nur noch... ...den da. Oh. Oh, Ballnütchen. Die, 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 die. Da, da, die, die, die. Ja. Was war das? Eine Falle wurde hergestellt. Keine Ahnung. Ganz als wenn sich da jemand durchgraben würde. Aber geht ja gar nicht. Ich bin ja hier. Dau. 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 Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Jetzt weiß Widersacher sogar. Eure Kreaturen werden angegriffen. Warte. Kreaturen werden angegriffen. Wie frech. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Deklar. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Meine Handwerkskammer ist nicht groß genug. So. Ich bräuchte noch einen zweiten Input. Alles nix. Hilft. Alles nix. Wir müssen hier weiterkommen. Mein Widersacher wurde überzeugt, für euch zu arbeiten. Los. Seht zu. Da ist noch einer. Da brauchen wir den hier. Wo ist der jetzt hin? Komm her. Unsichtbar sein. Ja, aber nicht von mir. Komm. Ja, ach komm. Mach weiter. Was soll es? Gucken, was hier in der Ecke ist. Ja, da ist die Tür. Geh mal in die andere Richtung. Da, 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 da. Patuna, patata. Oh, ja. Ah, nehmt den mal mit. Nehmt den mal mit. Der hält sich selber. Der hält sich selber. Auch super. Oh. Eine Falle. Zwei Fallen. Wie uncool. Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Was haben wir denn hier? Irgendwas ist hier doch. Kannst du mir noch erzählen, was du willst? Ich will wissen, was... Nix. Das ist ja super. Verflüchtet sich, verflüchtet sich. Oh, jetzt mach das weg. Ist ja noch eine Falle. Kannst du mich verarschen. Ja. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Eine Falle wurde hergestellt. Oh, es heil dich mal. Ja. Du kommst auch zu mir. Ähm... Was brauche ich? Ein Imp brauche ich. Ein Imp. Du komm mal her. So. Machen wir den mal so, damit ich den auch sehe. Weg damit. Die sind immer so schnell tot? Nein... Nein. 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 Huuu... Ich muss mich an. Nein. Aber ich bin nicht mehr los. ... Gut, wir nehmen einen hier von. Ja, ha, 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 ha. Warte, warte, warte. So. Habe ich gedacht, dass da irgendetwas angekorkommt. Nein, 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 nein. Oh, das war aber knapp. Das war aber knapp. Glaubt die auch Imps fressen? Äh, Hüner? Wo ist er denn? Das ist ein halbtoter Imp. Hallo, halbtoter Imp. Wo bist du? Da! Tatsächlich! Äh, hat der geraucht? Deswegen hat er sie aufgefüllt. Ist ja auch geil. Ich wusste gar nicht, dass die rauchen können. Also, dass die rauchen können schon, aber dass die sich damit, äh, wieder auffüllen, das mein ich. Los! Nichts guter zu übertritts! Eine Tür wurde hergestellt. Mach hinne! Bom, Madame! Eine Tür wurde hergestellt. Eine Tür wurde hergestellt. Okay. Wie kriegen wir das jetzt auf? Hier, Geist. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ist ja cool. Wo von? Von der Tür? Ah, man kennt sie ja. Diese berühmten Killertüren. Nach Killerspiegeln. Das Schlimmste, was es gibt. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ah, komm schon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Wo denn? Wer denn? Wieso denn? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen werden angegriffen. voll bekloppt los mach mal hin zahltag zahltag eure kreaturen werden angegriffen oh oh eine tür wurde hergestellt ähm du komm mal her in die Fall ah ja so ein Widersacher wurde davon überzeugt für euch zu kommen Fußfäden nur in eure Pflicht auf den teurer untergebenen kragenden Sieg davon so dann haben wir die dann haben wir auch hier die Indy-Fall ein eine Falle wurde hergestellt und er hat Guld ein 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 ein